1. Mai, Tag der Arbeit, Tag der Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist es wieder soweit, der Montag, der 1. Mai 2023. Ein gesetzlicher Feiertag, internationaler Tag der Arbeit. Viele Menschen gehen auf die Straße, werden auch wieder demonstrieren, für bessere Arbeitsbedingungen in Deutschland und selbstverständlich auch für bessere und gerechtere, generationengerechtere Renten. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, als Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de für eine generationengerechte Rente einzustehen. Und wir sagen, dass wir in Deutschland eine einheitliche und gesetzliche Rentenversicherung ähnlich dem Vorbild wie in Österreich brauchen. Und dafür stehen wir auch. Und das soll uns auch Anlass sein, um am 1. Mai Ihnen nochmal klarzumachen, dass wir für eine solche Form der alleinigen Altersvorsorge in Deutschland stehen. Was wir nicht brauchen, ist eine völlig kaputte Riester-Rente und auch das immer mehr dran rumgebastle und geschraube an der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern wir brauchen wirkliche, wahrhafte, echte Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und vor allen Dingen viele neue Beitragszahler. Und das können wir nur so erreichen, indem wir zum Beispiel die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessern, indem wir pflichtunergreifend auch Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung reinholen und selbstverständlich auch Politikerinnen und Politiker und auch Selbstständige wie mich, die auch in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtig versichert sein müssten. Ich kann nur hoffen, dass wir noch vieles erreichen werden auf Rentenbescheid24.de, mit Ihnen natürlich auch gemeinsam. Und ich hoffe auch, dass Sie vielleicht Zeit und Muße finden und gegebenenfalls auch bei den Demonstrationen am 1. Mai teilnehmen. Ansonsten genießen Sie hoffentlich das schöne Wetter und erholen sich gut am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.